Ja, es ist Winter und die Temperaturen gehen ja ordentlich in den Keller und es hat schon ordentlich auch geschneit. Hoffentlich haben auch alle ihre Winterreifen aufgezogen. Doch wie ist das eigentlich mit meinem Motorrad oder meiner Vespa? Brauche ich da auch Winterreifen? Diese Frage klären wir jetzt in diesem Video. Mein Name ist Bernd Gstadter und ich bin Clubjurist und ich habe zum Beispiel mein Motorrad schon im November eingemottet und in die Garage gestellt. Aber wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt im Winter bei schönem Wetter Lust drauf bekomme, mal eine Runde zu drehen? Und wie ist es eigentlich, wenn dann aber Schnee oder Eis oder Matsch auf der Straße liegen? Darf ich dann eigentlich fahren? Bevor es losgeht, muss man natürlich vorerst mal folgende Fragen klären. Gibt es eigentlich eine Winterreifenpflicht und ab wann gilt die? Bin ich als Motorradfahrer oder Mopedfahrer auch betroffen? Und wenn ja, was habe ich denn da zu beachten? In Deutschland haben wir eine Winterreifenpflicht und juristisch streng genommen eigentlich das ganze Jahr über. Eine Beschränkung auf gewisse Monate oder einen bestimmten Zeitraum haben wir in Deutschland nicht. Das ist zum Teil im Ausland so der Fall. Wir Juristen sprechen von einer situativen Winterreifenpflicht. Das bedeutet eigentlich nichts anderes, dass es sich streng genommen um ein Sommerreifenverbot handelt. Nämlich dann, wenn ihr die Situation habt, dass die Straßenverhältnisse glatt sind. Schneematsch, Schneeglätte oder Glatteis beispielsweise. In diesen Fällen bei winterlichen Straßenverhältnissen dürft ihr nicht mit Sommerreifen unterwegs sein. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass ihr in den Wintermonaten trotzdem fahren dürft mit Sommerreifen, wenn eben kein Schnee oder kein Matsch oder kein Eis auf den Straßen ist. Ihr braucht also in diesen Fällen euer Fahrzeug nicht auf Winterreifen umrüsten. Auch wenn tatsächlich winterliche Straßenverhältnisse wie Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch oder Eisklätte vorherrschen, gilt diese situative Winterreifenpflicht nicht für Mopeds oder Motorräder. Die Straßenverkehrsordnung macht hier eine Ausnahme für einspurige Kraftfahrzeuge. Ihr werdet jetzt sagen, das macht doch alles keinen Sinn. Auch mit einem Motorrad steigt die Unfallgefahr im Winter immens, wenn ich mit Sommerreifen unterwegs bin. Das stimmt natürlich. Der Gesetzgeber macht hier aber trotzdem eine Ausnahme. Der ein oder andere wird nämlich auch im Winter auf sein Motorrad oder sein Moped oder sein Motorroller angewiesen sein und es gab in der Vergangenheit keine nennenswerten Unfallzahlen wegen des Fahrens mit Sommerreifen im Winter. Außerdem muss man dazu sagen, dass es kaum echte Winterreifen für Zweiräder auf dem Markt gibt. Laut Gesetz kommt es auf drei Dinge an. Ihr müsst vor Fahrtantritt, bevor ihr losfahrt, unbedingt prüfen, ob es wirklich notwendig ist, mit dem Zweirad im Winter zu fahren. Oder ob es vielleicht besser wäre oder angebrachter wäre, ein anderes Verkehrsmittel zu nehmen. Punkt zwei. Ihr dürft generell nicht schneller als 50 kmh fahren, auch wenn ihr auf Landstraßen und Autobahnen unterwegs seid. Und drittens. Ihr müsst ausreichenden Abstand zum Vordermann einhalten. Mindestens den halben Tachowert in Metern. Und viertens übrigens, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch einfach diesen Kanal oder lasst einfach ein Like da.